Wir befinden uns heute im Strandbad in Bregenz. Das steht kurz vor seiner Eröffnung. Da sind noch die letzten Reinigungsarbeiten zu machen. Ich spreche heute mit dem Bademeister. Wie viel Arbeit steckt denn dahinter, das Strandbad Bregenz wieder fit für die Sommersaison zu machen? Also jetzt gerade im Frühling steckt viel Arbeit dahinter. Wir müssen nicht bloß, weil die Wiese jetzt aufwachsen, viel Rasenmäher und Dünger, sondern natürlich auch die Flächen, wo jetzt im Beckenbereich sind, mit Schmutzfräser und großen Reinigungsgeräten reinigen. Und das beginnt eigentlich Ende März schon zwischen vier und fünf Wochen. Wie viele Leute sind da im Einsatz? Wir sind jetzt ein Vierertrupp und ich wurde jetzt noch ein bisschen herbeigezogen, weil ich eben noch Ersatzführer mache, der jetzt gerade krank ist. Wir müssen natürlich bis nächste Woche am Samstag fit sein, weil am 5.5. ist die Eröffnung und das schaffen wir aber. Und werden da schon viele Gäste erwartet? Sind schon einige Saisonskarten verkauft worden? Ja, also wir haben natürlich im Vorfeld schon im April die Vorsaisonkarten zum Kaufen, wo eigentlich immer die, wo immer jedes Jahr diese Karten kaufen, schon haben. Natürlich neue sind wir natürlich immer froh, aber wir sind im Schnitt immer jedes Jahr ungefähr gleich viele, wo man Saisonkarten verkauft. Ja, hoffen natürlich jetzt am Wochenende, dass es schön wird. Warm haben wir. Ja, haben wir natürlich ein bisschen Nachteil, wenn am Vormittag ein bisschen kälter ist. Haben natürlich eine Lösung gefunden. Wir machen jetzt immer das Hallenbad oben von neun bis elf offen für die Badegäste, wo eben auch hier zu kalt ist. Und dann ab elf ist für den ganzen Mai noch das Strandbad offen, wenn es schön ist natürlich. Bei Schlechtwetter sind wir im Hallenbad. Gibt es irgendwelche Erneuerungen, irgendwelche neuen Attraktionen für die Badegäste? Ja, Erneuerungen haben wir jetzt nicht so. Wir haben halt Umbauten und Änderungen das schon. Aber sonst ganz neue Sachen haben wir jetzt nicht. Wunderbar. Also dann steht der Eröffnung eigentlich nichts mehr im Wege. Ja, genau. So ist es.